Boy George, er trauert seine Mutter Dina Boy George, 61, hat am 13. März seine Mutter verloren. Dina Odoft, 1939-2023, sei am Montag im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie der Manager des Sängers der Band Culture Club gegenüber Mill Online bestätigt habe. Der Britte sei demnach bis zuletzt an der Seite seiner Mutter gewesen. Er sei sehr traurig, die Nachricht vom Ableben von Boy George, geliebter Mutter Dina. Zu bestätigen, habe sein Manager demnach erklärt. George und die Familie sind am Boden zerstört. Sie alle seien an ihrem Bett gewesen, als Odoft starrt, und Boy George, bürgerlich George Ellen Odoft, habe die Hand seiner Mutter gehalten. Der Sänger wolle demnach allen für ihre Unterstützung und Zeichen der Liebe tiefe Dankbarkeit ausdrücken. Auch wenn er gerade nicht antworten könne, so sei er dankbar für die vielen Beileidsbekundungen, die ihn erreicht haben. In dieser schwierigen Zeit bitten er und seine Familie, darunter fünf Geschwister des Sängers, um Privatsphäre. Es ist nicht bekannt, woran Dina Odoft gestorben ist. Im April 2020 hatte Boy George bei Twitter mitgeteilt, dass sie wegen eines Problems mit ihrem Herzen oder ihrer Lunge im Krankenhaus liege. Nach zwei Tagen war sie aber wieder entlassen worden, hatte er bei Good Morning Britain im TV erklärt, und es sei nicht das gewesen, was wir ursprünglich dachten. Seine Mutter habe sich damals auch nicht mit dem Coronavirus infiziert gehabt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.